Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerd-Herz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Ein Cockring, sie alle zu knechten, ans Bett zu fesseln und was? Hallo Christian, was machst du denn hier? Ich bin der Christian und ich bin ein bisschen verstört. Das ist richtig. Übrigens, hallo zusammen. Hallo, wir sprechen heute über die Ringe der Macht, eine neue Prime-Videoserie, die frisch gestartet ist und zum Zeitpunkt, wo ihr das gehört habt, müsste es schon, lasst mich kurz überlegen, vier Folgen geben, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. Und ja, lasst uns doch heute mal drüber sprechen, zum Aufnahmezeitpunkt haben wir beide zwei Folgen gesehen. Ja, das haben wir. Und ich bin gerade sehr irritiert. Ich arbeite hier mit zwei Rechnern und unten in der Wetter, also unten hast du so eine kleine Wetteranzeige drin, ne? Ja. Und das funktioniert ja quasi mit Geolocation, also wo befindet sich dieser Rechner gerade. Und der linke Rechner zeigt gerade an, Regen klingt ab und auf dem rechten Rechner Gewitter. Also unten ist, hier ist scheinbar irgendwo so eine Wetterfront zwischen meinen beiden Rechnern. Ich merke das schon. Sitzt gleich halb im Regen. Ja. Ich hatte auch schon auf einem Rechner neulich Starkregen und auf dem anderen Regen klingt ab. Ich dachte mir, ah ja, was denn nun? Wird stärker oder weniger? Genau. Stärker oder weniger ist auch eine gute Überleitung, denn Ringe der Macht ist im Moment ja ein bisschen umstritten. Und wir haben uns gedacht, wie viele andere auch im Moment, schauen wir doch mal in die Serie rein. Was kann das ganze Ding denn überhaupt? Und nach zwei Folgen hier im Format reingeguckt, wo wir uns ja für euch Serien anschauen, wenn ihr euch noch nicht sicher seid. Damit ihr vielleicht eine ja nicht Kaufentscheidung habt, aber eine Klickentscheidung oder wie auch immer man es nennen möchte. Und wie gesagt, zwei Folgen haben wir uns jetzt reingezogen, unabhängig voneinander. Und ja, lass uns doch mal so ein bisschen über unseren ersten Eindruck vielleicht sprechen, Christian. Wenn du so an Herr der Ringe und den Hobbit denkst, was ja eine sehr etablierte Geschichte generell ist. Aber auch die Filme sind ja über die Jahre sehr, sehr beliebt geblieben, kann man ja sagen. Waren sie ja von Anfang an und sind auch immer noch sehr beliebt. Für viele ist es zum Beispiel in der Weihnachtszeit ein absoluter Klassiker, die Herr der Ringe oder Hobbit-Filme oder beides zu gucken. Habe ich jetzt schon ganz oft gehört. Ich mache das auch sehr gerne. Und ja, wie sieht es aus, wenn du das so im Hinterkopf hast, was du bisher so gesehen hast aus dem Universum? Was war so dein erster Eindruck, als so die erste Folge anfing, so die ersten Minuten? Ja, ich fand das erstmal super interessant. Oh, ich glaube, das war mein Handy. Du vibrierst. Ja, ich vibriere. Alarm! Ja, genau. Alarm. Wieso hatte ich noch den Vibrationsalarm drin? Gut, jetzt ist er aus. Ja, ich mag es, wenn meine Hose vibriert. Geil, Mann. Ja. Gut. Nee, ich fand das erstmal super spannend zu sehen. Einfach so ein bisschen die Vorgeschichte von Galadriel, die da erzählt wird. Mhm. Warte mal ganz kurz zum besseren Verständnis. Du hast, wenn ich mich recht erinnere, nicht das Silmarillion gelesen. Nein. Und hast dich auch sonst nicht mit irgendwelchen Anhängen oder sonstigen Geschichten rund um die Filme beschäftigt? Nein. Du kennst auch nicht die Bücher? Also generell die Bücher nicht? Doch. Okay, Herr der Ringe und Hobbit hast du auch in Buchform gelesen? Ja. Okay, weil da steckt ja auch noch mehr drin als in den Filmen. Genau. Deswegen frage ich. Okay. Nee, deswegen fand ich das halt einfach mal spannend, auch zu sehen, so ein bisschen die Vorgeschichte von Galadriel, wie sie da dargestellt wird. Prinzipiell fand ich es auch sehr geil, die Bildgebung generell in der Serie. Das ist auch sehr bildgewaltig, sagt man ja auch. Richtig, das ist richtig, richtig krass bildgewaltig. Ich habe, ich sage mal, die ersten 15 Minuten quasi das Intro, bevor dann halt das richtige Intro kommt, war ich, hatte ich dir auch direkt geschrieben, ich war sofort wieder hyped. Das Ding hat mich sofort gecatcht. Ich gucke gerade nochmal raus, also mir liegen deine Worte auch gefühlt noch so in den Ohren. Ja. Was hattest du denn geschrieben? Ja, ja, oha, die erste Folge fängt schon echt stark an, ich bin jetzt schon wieder total gehypt von HDR. Ja. Ja. Und. HDR, in dem Sinne Abkürzung für Halt Dein Rand. Genau, Halt Dein Rand. Genau. Und ich war, wie gesagt, sofort wieder gecatcht. Das war einfach, schwierig gerade in Worte zu fassen, weil das waren so viele Eindrücke, auch wie die Geschichte jetzt gerade wieder erzählt wurde, wie die Charaktere eingeführt eingeführt wurden, weil jeder wichtige Charakter hatte so quasi jetzt in der ersten Folge so ein bisschen seinen eigenen Part, wie er eingeführt wurde, so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Ne, ähm, man sieht sofort, in welche Richtung das geht. Ähm, was mich allerdings zuerst ein bisschen verwirrt hat, war der Charakter Nori. Ne, äh, den habe ich durch den Hobbit als, äh, anders in Erinnerung, als männlich und Zwerg. Ne, ist ja einer der Zwerge, die mit Bilbo auf Reisen gehen in der Hobbit. Ich glaube, das ist eine Schreibweise, ich glaube, das ist einfach nur vom, vom Klang sehr ähnlich. Ne, ne, die Schreibweise ist gleich, aber Nori ist nur eine Abkürzung in dem Fall. Ach so, meinst du, ja. Ja, okay. Deswegen hat es mich zuerst ein bisschen verwirrt, weil ich so, äh, warte mal. Habe ich das Buch falsch gelesen? Das sind Haarfüße, das sind keine, äh, Zwerge. Ja. Ne, und, äh, ja, ähm, die Haarfüße, äh, die sind auch super lustig, äh, ja, was weiß super lustig, aber das sind so, so liebenswerte Geschöpfe, ne, äh, allem voran halt Eleanor Nori Brandyfuß, ne, ähm, die, äh, allerdings immer, oder nicht immer, aber, ähm, wo ich da viele Parallelen sehe zu, äh, Frodo und, äh, Sam, ne, mit ihrer kongenialen Partnerin, ne, die Nori, ne, äh, die Partnerin, die hat mich sowas von direkt an Sam erinnert, ne, ne, so ein bisschen, äh, pummelig, äh, sehr vorsichtig, äh, immer so nach dem Motto, ha, pass auf dich auf, pass auf dich auf, ne, äh, ne, also sehr, sehr beschützend. Sehr beschützend und irgendwie liebenswert, ne, und so ein bisschen tollpatschig, äh, und ich dachte mir so, alles klar, du bist Sam in weiblich, ne, und, ähm, ja, das fand ich, fand ich auch wieder. Das ist jetzt aber schon sehr sexistisch von dir, meinst du nicht, dieser Charakter kann auch eigenständig sein, ohne mit einem männlichen Gegenpart verglichen zu werden? Pfui. Durchaus, durchaus natürlich, ne, aber. Ne, finde ich aber nicht, also ich finde schon, dass die Sam in weiblich war. Oh Gott. Aber wo du gerade von der Optik gesprochen hast, ähm, ich fand das auch total cool, also erstmal war ich sehr gespannt, ähm, ich hatte natürlich schon vorher den Trailer mir angeschaut und man wusste so bildmäßig, worauf man sich ungefähr einstellen kann, aber ich fand das schön, dass die Serie auch direkt mit so ein paar schönen Einstellungen gestartet hat, also es war ja direkt eine sehr farbkräftige, bunte Welt, so, also nicht übertrieben bunt, sondern so, also nicht in den ersten 15 Minuten, nicht irgendwie so ein graues Brä bei Nacht, so, sondern wirklich, ne, also man hatte wirklich was zum Gucken auch und ich finde auch, dass, dass die Welt von Anfang an direkt sehr lebendig gewirkt hat, also so ging's mir zumindest, so dieses viele kleine Details und so weiter, ich meine, das kann man jetzt von den Herr-der-Ringe-Filmen natürlich auch behaupten, dass da sehr viele Details und sehr viel Liebe zum Detail auch drin steckt, aber hier fand ich, merkt man schon nochmal, dass alles so ein paar Jahre vorangeschritten, also jetzt nicht dort in der Welt, das ist ja quasi, ne, voran zeitlich, aber, ähm, einfach dieses, also man merkt schon, dass es technisch fortgeschritten ist, dass das generell das, äh, Production-Value auch irgendwie nochmal anders ist irgendwie und, und, ja, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, direkt in so eine Welt reingesogen zu werden und das war direkt und ich glaube, das war vielleicht auch so ein bisschen die Formulierung, die dir eben gefehlt hat, als du so ein bisschen nach Worten gesucht hast, ich hatte das Gefühl, so ein bisschen nach Hause zu kommen. Ja. So, so in dieser Welt, die man so kennt, so, man hat auch direkt das, oder ich hatte direkt das Gefühl, ähm, so, das ist ungefähr die Ecke und also, also nicht so, äh, geografisch gesehen, sondern so, ah, das ist jetzt hier dieses Volk und dieses, also man konnte das alles, was man gesehen hat, konnte man irgendwie direkt so ein bisschen zuordnen. Ich, ich, ich finde das auch, äh, super cool gemacht, ähm, wenn du diese Szenenwechsel hattest, ne, dass sie dann quasi auf der Karte dann, äh, gewandert sind, ne, das sah man ja ganz am Anfang, ne, wo die dann, äh, von, äh, das heißt, glaube ich, Valenau, äh, dann rüber nach Mittelerde geschifft sind, ne, und im Hintergrund, äh, siehst du halt einfach diese Karte. Wir zogen in ein fernes, fremdes Land. Mittelerde. Genau, ne, und dann halt, äh, innerhalb Mittelerdes, äh, bei den Szenenwechsel, beziehungsweise bei den Ortswechsel siehst du dann auch wieder, ne, äh, äh, wo, wo die dann sich gerade auf der Karte befinden, das finde ich halt, äh, richtig schön gemacht, äh, gibt einem auch so ein bisschen, äh, mehr Verständnis, äh, von der Welt, äh, was ich halt sehr geil finde, wenn man sich jetzt nicht, äh, wirklich, ich sag mal, so in der Welt auskennt, ne, gibt es einem, äh, schon ein recht schönes Gefühl einfach so von Entfernung und wo liegt das jetzt gerade, ne, ist das nördlich, südlich? Ja, das ist immer so ein bisschen was, das hat mir, auch dieses Zeitgefühl, das hat mir in, in den Herr-der-Ringe-Filmen zum Beispiel komplett gefehlt, weil das sind Sachen, die wurden da irgendwie gar nicht richtig transportiert. So eine klassische Szene, die ich dafür immer gerne ranziehe, ist, ähm, ganz am Anfang, Gandalf haut ab und will irgendwas über so einen Ring rausfinden. So, ne? Vom Film her das Gefühl, wie, wie lange war er da unterwegs quasi, diese, diesen, was über den Ring rauszufinden, was würdest du sagen? Kennst du die korrekte Antwort? Nein. Okay, dann kannst du jetzt mal frei aus der Lebe rausschätzen, so vom, wenn du dich so an den Film erinnerst, die Szenen wirst du ja entsprechend noch im Kopf haben, denke ich mal, als Herr-der-Ringe-Fan. Also ich würde sagen, so ein paar Wochen auf jeden Fall. Ja, bist du, bist du auf jeden Fall ganz nah dran, deine Schätzung, also, ähm, eigentlich war er 17 Jahre unterwegs. Wow, okay, äh, alles klar. Also das, das einfach nur fürs Zeitgefühl. Ja. Also dieses ganze, also diese ganze kurze Montage, wo er studiert hat, das ist im Prinzip 17 Jahre. Ja. So. Interessant. Na, und das sind, das sind so Sachen, die gefallen mir gar nicht an den Filmen tatsächlich und ich hoffe, ähm, ja gut, eine Serie ist auch wieder so ein bisschen anderes als Erzähltempo und pipapo, da kann man auch mal Zeitsprünge machen und so, aber das sind so Sachen, wenn man die Bücher gelesen hat und auch so ein bisschen Infos drumherum, so, hatte, stand man halt so ein bisschen da und dachte so, hm, und ich hoffe, dass ich so diese hm-Momente in der Serie weniger haben werde, weil bisher gefällt sie mir relativ gut durch diese ersten Eindrücke direkt und durch, ähm, auch diesen Eindruck, dass die Details, die in einem Buch sehr gut beschrieben werden können und ja auch müssen für den Leser. Um das alles ein bisschen begreifbarer zu machen und ein bisschen lebendiger zu gestalten. Adjektive sind die Freunde eines jeden Autoren. Ähm, ich hab so das Gefühl, dass jemand so die Buchseite genommen hat und davon so einen Abzug gemacht hat und das in Serienform gepackt hat, so. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, ich hab jetzt, genau wie du, auch erst zwei Folgen gesehen. Ist ja auch nur reingeguckt heute. Richtig. Und ich hoffe, dass es so weitergeht, wie es anfängt, weil im Moment bin ich sehr positiv gestimmt, auch wenn viele da draußen sich ja total aufregen über viele Details, ne? Also. Okay, die, die schlechten Bewertungen hab ich mir tatsächlich nicht. Also ich. Ich hab da auch nichts zu durchgelesen, aber ich hab das, ich hab das ja gehört. Also, also man kriegt das ja so in News-Outlets und so weiter, kriegt man das ja mit, so diese, diese ganze Meckerei und Stänkerei über Charaktere. Also, warum hat er jetzt einen Haarfuß, dunkle Hautfarbe, warum gibt es Zwerge mit dunkler Hautfarbe, warum haben die Zwergenfrauen keine riesenlangen Bärte und Pipapo und so weiter, wo ich mir denke, ey Leute, chillt doch einfach mal. Ja. Chillt doch fucking einfach mal. Nirgendwo steht beschrieben, dass Halblinge alles weiße Männer mittleren Alters sein müssen irgendwie, so weißt du? Also, es wurde auch nicht das Gegenteil explizit vielleicht beschrieben. Ja, es gibt schwarze Zwerge oder so, aber. Chillt doch einfach mal. Genieß doch einfach die Serie, verdammt. Weißt du, und das Ding ist, ich muss ja gestehen, ich find's einfach komplett albern, sich über sowas aufzuregen, in diesem Kontext zumindest. Ich bin aber ganz ehrlich, ich hätte mir Zwerge auch nicht dunkelhäutig vorgestellt in dem Sinne, oder auch ein Halbling hätte ich mir nicht dunkelhäutig vorgestellt. Ja. Das liegt aber nicht daran, dass ich ein Rassist bin, sondern weil mein Gehirn bekannte Dinge zuordnet. Und wenn ich in meinem Freundeskreis zum Beispiel mehr dunkelhäutige Menschen hätte, das hilft jetzt irgendwie nicht dem, ich bin kein Rassist, Moment. Also ich hab einfach nicht so viel Kontakt mit Menschen dieser Ethnie, so. Ja. Und deswegen ist das in meinem Gehirn nicht als so präsent abgespeichert. Und deswegen würde ich das auch einfach nicht so zuordnen. Das ist eine ganz normale Gehirnsache. Was ich aber so schwierig finde, also man orientiert sich halt am Bekannten, so. Was ich daran aber so schwierig finde ist, und da verstehe ich die Kritik so ein bisschen, dass die ja ein Volk sind in der... Oh Gott. Was ist wieder los? Nee, ich hab irgendwie so einen Luftblob verschluckt. Irgendwie hängen mir grad quer im Hals die Luft. Irgendwie, wie auch immer das geht. Was ich so schwierig finde in meiner Vorstellung sind das jetzt zum Beispiel die Halblinge, die an Location X in dem und dem Gebiet leben. Seit ewigen Zeiten irgendwie. Die hängen da halt so rum und wandern von A nach B und so weiter. Von meinem Verständnis, also jetzt, wenn man es mal auf unsere Welt überträgt, wir leben hier so in Deutschland, früher, Mittelalter, da gab es jetzt nicht unbedingt einen dunkelhäutigen oder einen Asiaten, die da mittendrin zwischen rumgelaufen sind. So. Dass die irgendwo anders auf der Welt aus demselben Volk, Mensch, auch existieren? Ja. Aber ich glaube, was die Leute da so ein bisschen umwirft, ist so dieses, dass da so einzelne, einzelne, andersartig wirkende, rein äußerlich, Leute aus diesem Volk dazwischen gemischt sind. Und das für viele vielleicht einfach komisch ist. Ja. Nicht im Sinne von, das kann es gar nicht geben, sondern dass da vielleicht einfach ein bisschen die Erklärung für fehlt. So. Warum kann der dunkelhäutige Charakter, und ich finde das cool, dass sie diese Diversity einbauen, das ist für mich völlig in Ordnung, aber warum kann es da nicht zumindest irgendwie und wenn nur in einem Nebensatz irgendwie erklärt werden, der ist schon so lange hier bei uns, seit er mit seiner Familie hierher gewandert ist oder wie auch immer. Ja. sich dann da so dran aufzuhängen, weil ich finde, gerade zum Beispiel diesen, von den Haarfüßen diesen dunklen Schauspieler, der relativ zu Beginn auch auftaucht, den finde ich so sympathisch irgendwie, der hat irgendwie so eine coole Art irgendwie, dass ich den direkt irgendwie ganz interessant fand irgendwie. Und auch dieses scheiß Review-Bombing irgendwie bei Amazon, die haben ja für 72 Stunden die Kommentare gesperrt. Okay. Nach dem Release, weil Leute da komplett durchgedreht sind und wo ich mir denke, ja, sperrt die, also ich finde, das könnten die ruhig immer machen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die das jetzt auch vorhaben, aber das sollten die immer machen, wenn ein Film oder eine Serie neu rauskommt, einfach mal so 24, 48 Stunden die Kommentare dicht lassen, damit man auch erstmal sichergestellt hat, dass vor den ersten Kommentaren einige Leute das auch gesehen haben und nicht Serie-Release, boah, das ist scheiße. Ja gut, aber dann gibt es aber noch so Plattformen wie Facebook oder Twitter, wo sie sich dann da halt. Ja, aber das macht einen Unterschied, ob du das irgendwo auf deiner privaten Facebook-Seite schreibst oder ob du das auf der offiziellen Kommentarsektion unter der offiziellen Veröffentlichung von genau dieser Plattform, die es produziert hat, quasi runterschreibst. So, weil das zeigt quasi in deinem eigenen Portfolio. Dein Portfolio ist scheiße. Richtig. So, und deswegen kann ich das verstehen und wenn mehr Leute das geguckt haben, dann hätte es auch mehr Leute gegeben, die da auch vielleicht eine andere Meinung gehabt hätten. Wenn dann immer noch alle sagen, ach du je, Rohrkrepierer, so, dann ist das halt so, dann kommt es vielleicht einfach nicht gut an, aber es gab halt viele Leute, die einfach nur eine Welle gemacht haben und von Anfang an einfach dagegen waren, die schon bei den Trailern gesagt haben, oh nein, wie kann das sein, guck dir das an, warum haben die da jetzt eine dunkle Haut, warum sind die Locken falsch rumgedreht und keine Ahnung irgendwas. So, weißt du, und das ist einfach unnötig. Das braucht kein Mensch. So, und wenn man dann schon mit so einer Stimmung an eine neue Serie rangeht, wie hoch ist die Chance, dass sie dir gefällt? Also, ganz ehrlich. So, weißt du, du wartest nur noch drauf, bis der schwarze Haarfuß kommt. Ja. Damit du sauer abschalten kannst. Oder der schwarze Zwerg. Nein. Doch. Ne, und das ist so unnötig, dann guck doch die Serie halt einfach nicht. Ja. So. Wenn man sich daran stört. Dann lass es doch irgendwie. Und das ist generell so ein Content-Problem irgendwie heutzutage. Und ich denke mir immer, schau doch einfach die Serie und wenn sie dir nicht gefällt, dann mach sie halt aus. Dann sag von mir ist auch deine Meinung, aber schimpf doch nicht schon nach einem Trailer in irgendwelchen Foren rum, wie so ein Brückentroll irgendwie, dass das kacke ist. Ja. Weißt du, noch nix gesehen. Kleiner Goblin. Noch nix gesehen von der Serie, außer so ein Out-of-Context-Trailer irgendwie. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ja. Finde ich total schade. Also, selbst, dass der Cast von Herr der Ringe sich teilweise hinter die Leute stellen musste und sagen musste, hey, wir stehen auch dahinter. Zum Beispiel gibt es ja hier einen, wo die drei Hobbits nebeneinander stehen mit so einem T-Shirt, wo Elbenohren drauf sind mit so verschiedenen Hautfarben quasi. Jetzt verstehe ich es auch gerade erst, warum sie das gemacht haben. Und wo dann quasi so steht, ja, ihr seid alle akzeptiert oder irgendwie sowas steht. Jeder Elf ist willkommen. Ja, ja, irgendwie sowas steht halt auf dem Shirt drauf und dann stehen da halt hier Frodo und seine zwei Sidekicks quasi. Ja. Und das ist, also auf der einen Seite ist es natürlich ein Marketing, so hey, wir halten zusammen und so weiter und hier, wir erreichen den Staffelstab weiter von der Filmcrew zur Seriencrew, so nach dem Motto. Also, aber dass man sich quasi mit so einem fast schon politischen Statement oder was heißt fast schon, das ist ja eigentlich ein politisches Statement oder ein menschliches Statement vielmehr da hinstellen muss und die Message noch raushauen muss, das ist halt einfach echt traurig. Ja, das ist echt schade. Und da hätte ich mir ganz ehrlich gesagt von Fans oder von Anhängern von so einem Franchise in so einem Genre und so weiter, da hätte ich mir tatsächlich mehr Offenheit gewünscht. So, natürlich, also es wird jetzt auch im Laufe der Zeit mit Sicherheit auch andere Meinungen geben. Ich habe mir da auch keine weiteren Reviews zu angeguckt. Ich finde es aber nur schade, welche Meinung da die Welle schlägt. Ja. Egal wie gut oder wie schlecht die Serie ist, das sei jetzt mal völlig dahingestellt. Die Meinung soll jeder haben, aber wie diese Meinung geäußert wird und auf was sich die Leute fokussieren. Also, dass ein Fantasy-Freund, ein Fantasy-Fan sich nicht hinstellen kann und nicht offen genug dafür ist und sagen kann, ja klar gibt es schwarze Zwerge. So, das ist so bitter. Auf jeden Fall. Also gerade im Fantasy-Bereich, weißt du, Drachen sind okay, Hydras mit acht Köpfen sind okay, Spinnen, die groß sind wie Bergzüge quasi, ja. Das ist okay, aber dass es dann einen schwarzen Zwerg gibt oder Elben mit, geringelten Ohren vielleicht oder was weiß ich, ein Menschen, wo ein Fuß größer ist als der andere, das ist dann Grund, sich aufzuregen. Da ist es, Entschuldigung, da hört es bei mir auf. Auf jeden Fall. Also das, keine Ahnung. Habe ich auch absolut kein Verständnis für. Also das wirkt für mich so, als wäre das so ein Action-Fan, der dann so ein Fantasy-Produkt sich anschaut und sagt, oh ne, das ist aber unrealistisch hier. Die springen ja gar nicht mit Autos hier über die Brücken nach Mordor rein. Was, was ist da los? So, weißt du, und wundern sich dann, dass es da vielleicht was anderes gibt als in der Mall nebenan. Ja genau, und Mr. T, der Nachtelf-Irokese, hat noch gerade ein Auto zusammengeschustert. Ja, also weißt du, das ist so, keine Ahnung, also gerade in dem Bereich Fantasy und Sci-Fi und so weiter, ey, da soll man doch mal ein bisschen offen sein. Ey, früher irgendwelche Science-Fiction-Aliens irgendwie mit drei Titten und sonst irgendwas, alles kein Problem, aber sobald ein Elf oder ein Zwerg schwarze Hautfarbe hat, drehen sie durch irgendwie, also weiß ich nicht. Ey, das ist auch einfach so unnötig. So richtig, richtig unnötig. Vor allem, es gab ja, also das habe ich tatsächlich mitgebracht, ein Video, wo ein Dunkelhäutiger, ein, keine Ahnung, Afroamerikaner oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall ein sehr dunkelhäutiger Mensch sich auch darüber ausgelassen hat, dass das nicht sein könnte, dass, äh, dass das schwarze Charaktere sind, wo ich mir denke, what the fuck? Dicker, also eigentlich auch cool, dass auch mal jemand aus dieser Ethnizitätsecke auch mal sowas sagt, nee, finde ich blöd, finde ich cool, also eigentlich schon cool, dass es nicht grundsätzlich so dieses, yeah, we stand together und komm, mehr schwarz, jetzt müssen alle schwarz sein, auch die Weißen müssen schwarz sein und sind dann, weißt du so, das finde ich immer so ein bisschen übertrieben, von daher finde ich das eigentlich ganz cool, dass jemand auch mal sagt, nee, so nicht, aber es ist halt immer noch ein blöder Grund, an dem man sich aufhängt. Ja. Es ist eine fucking Fantasy-Serie. Ja. So, weißt du, wenn die, wenn die dann, also wenn sie wenigstens sagen würden, äh, der Charakter heißt aber gar nicht Mordor, der heißt Morgoth, so, wenn sie da einfach einen Übersetzungsfehler gemacht hätten oder einfach faul wären bei der Umsetzung oder so, würde ich verstehen, dass dann die Fans steil gehen. So, aber sowas sehe ich bis jetzt in dieser Serie nicht. Ja. Ich sehe da viel Liebe zu der Serie, viel Liebe zum Detail, es gab ja sogar extra noch eine Einblendung hier bei, bei Prime in dem, äh, X-Ray-Feature von wegen, was da, also das auch die Serie quasi durch bestehendes Material, äh, mitgefüttert wurde. Ja. Dass das jetzt also nicht frei komplett alles neu erfunden ist, sondern dass das quasi auf bereits geschriebenen Inhalten beruht, ähm, finde ich auch total gut und wichtig für die Fans, die das vielleicht auch nicht kennen, wobei Fans das in der Regel eigentlich kennen sollten, aber gut, ähm, und ja, keine Ahnung, ich hab mich jetzt genug aufgeregt irgendwie. Auf jeden Fall fand ich den Einstieg so schön und ich kann auch nicht verstehen, wie bei den ersten zwei Folgen dann jemand sich an solchen Dingen aufregen kann irgendwie. Aber lass uns doch, äh, nochmal zur Serie zurückkommen. Fucking 24 Minuten, Alter, what the fuck. Super Rant. Ne, ähm, was ich persönlich, äh, sehr gefeiert hab, war, äh, wie die Zwerge eingeleitet wurden. Hm. Warte mal noch, was ich da fort hatte, finde ich auch sehr geil. Okay. Was ich aber, ähm, noch viel cooler fand, war, ähm, naja, nicht viel cooler, was ich sehr interessant fand, wie dieses, äh, Haarfuß, äh, Lager, Dorf, wie auch immer. Aufgebaut worden. Mit diesem Aufklappen und Pipapo und so weiter. So ein Pop-Up-Dorf. Okay, dampfende Töpfe unter so einem, äh, Tarnnetz zu verstecken, schwierig. Aber, ähm, grundsätzlich fand ich das einfach so ein schönes Detail irgendwie, fand ich sehr cool gemacht. Ja, fand ich auch super gut gemacht. Aber der erste Besuch bei den Zwergen, geil. Super geil, ne, wo Elrond dann, äh, einfach mal, ne, sich mit, äh, Prinz Durin treffen wollte, ne, und dann so nach dem Motto, so, jetzt machen wir einfach mal einen Wettkampf. Wethämmern. Ja. Hammertime. Dööööööö. Döööööööööö. Vor allem hat Elrond, äh, zu seinem Begleiter draußen vorher noch gesagt, jaja, Prinz Durin, cooler Kerl, ne, äh, alter Freund, ne, ja, äh, wie jetzt? Doch nicht. Naja. Ich fand einfach den Grund für Durin's Groll einfach super. Also ich finde generell, wie die Charaktere eingeführt worden sind, jetzt gerade am Anfang haben wir auch relativ viele Charaktere ja kennengelernt. Was ich aber auch sehr schön fand auf der einen Seite, weil man wieder so ein bisschen in diese ganzen Gruppen und Gruppierungen und so weiter reingekommen ist, so kopfmäßig. Aber stellenweise für die ersten ein, zwei Folgen fand ich es fast schon ein bisschen überladen, muss ich sagen. Also ich fand, es war viel hin und her gehoppe irgendwie. Und dann hast du gefühlt wieder an einer anderen Stelle eine Galadriel, die 15 Minuten gefühlt so auf dem Wrack rumschippert irgendwie. Ja, aber ich muss, also von meinem Gefühl her waren es ja immer nur so ein paar Hauptcharaktere. Es waren eigentlich immer nur so zwei bis drei, auf die sich fokussiert wurde. Aber immer so ein Gehoppe irgendwie. Also ich fand, ich fand das relativ hektisch. Ja. Gerade für so ein Herr der Ringe. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also Herr der Ringe ist für mich immer... Aber ich vermute, das ist einfach nur ganz am Anfang, ne? Einfach, um alle einfach mal eben einzuführen. Ja, aber warum lassen sie sich nicht einfach eine Folge mehr Zeit dafür? Ja. Also warum? Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die Serie nach einer Staffel gecancelt wird irgendwie. So, weißt du, es ist... Hoffnungsfroh nicht. Also überleg mal, was so vom Tempo her so ein Herr der Ringe gemacht hat. Ja, klar. Warum denn ein Herr der Ringe so episch ist? Weil die sich Zeit... Also davon ab, dass die immer noch viel gestrichen haben aus den Büchern. Aber das waren fucking drei Teile und die haben sich da Zeit mitgelassen ohne Ende. Und da waren viele Längen drin. Ja. Da waren viele gemütliche Szenen drin. Aber genau die haben dazu beigetragen, dass man auch einfach mal so ein bisschen selber ein bisschen runterkommen konnte und selber sich fast schon so ein kleines Lagerfeuer gewünscht hat und da einfach so ein bisschen in diese Welt eintauchen konnte. Und für mich, ich verstehe mich nicht falsch, ich finde die zwei Folgen bisher echt gut, aber für mich war es einfach so zack, 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 das schnell abarbeiten, zack, zack, zack und teilweise auch einzelne Szenen viel zu kurz. Ja. Also das war nicht mit rumgehofft. Ich kann es nachvollziehen. Wie gesagt, von meinem Gefühl her war es okay. Randale. Ja, ich merke das schon. Was habe ich runtergeschmissen? Das Silmarillion. Das ist ein Zeichen. Wie gesagt, ich fand die Einführung der Charaktere, so wie es jetzt ist, tatsächlich gut. Ja, es ist vielleicht ein bisschen hektisch. Kann ich nachvollziehen, wenn du das sagst. Für mich war es okay. Also auch nicht schlimm hektisch, aber eine Art von Pacing, das finde ich nicht unbedingt zu Herr der Ringe passt. Wobei man jetzt fairerweise auch sagen muss, es ist nicht Herr der Ringe. Richtig. Das darf man glaube ich auch sagen, da muss ich mich selbst auch ein bisschen runter reduzieren mit meiner Meinung in dem Sinne, aber ich hätte es glaube ich als stimmiger empfunden, gerade zu Beginn, wenn das dann Fahrt aufnimmt, wäre das glaube ich auch was anderes, aber es fängt halt auch relativ hektisch an, wenn man es jetzt mit Herr der Ringe vergleicht. Ja klar, klar. Also man wird so langsam erst so reingehen und dann geht es bam 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 bam. Dann gibt es mal wieder so eine ruhige Phase und ich glaube, da hätten sie die Kurve einfach ein bisschen entspannter machen können. Ja klar, diesmal wird ja keine wirklich, ja doch so ein bisschen Geschichte vorangebracht. Aber das war halt bei Herr der Ringe nochmal so ein bisschen was anderes und dann war ja der Schnitt bei den Hobbits, für die ja generell so ein bisschen gemütlicher, ein bisschen ruhiger sind. Von daher denke ich mal, ist da so ein großer Unterschied, wenn man das jetzt vergleichen will. Ja, man sollte es nicht vergleichen, weil es sind einmal Filme, die vor 20 Jahren liefen und einmal eine komplett neue Serie, was halt einen ganz anderen Anspruch hat. Ja, aber da muss ich tatsächlich sagen, dass ich da als Fan dieses Franchises durchaus genau den Anspruch, den du gerade sagst, den sollte man nicht haben, genau den habe ich, weil ich ja auch für mich persönlich ein bisschen die Erwartungshaltung habe, ist vielleicht eine falsche Erwartungshaltung, weiß ich nicht, ich empfinde sie aber als richtig, von dem einen Produkt zum anderen ein bisschen mitgenommen zu werden. So. Die nehmen ja auch Bezug auf Sauron. Ja. So, der ist ja nicht umsonst am Anfang direkt gezeigt irgendwie. Richtig. Das ist ja, die verfolgen auch das Zeichen da und blablabla. Aber so vom Grundsatz her wünsche ich mir da ein bisschen an die Hand genommen zu werden und sanft von einem Teil des Franchises in das andere abgeholt zu werden. Du möchtest ja auch, wenn du zum Beispiel ein Spin-Off von irgendeiner Serie, die du gerne guckst oder so, oder wenn du einen Film hast und dann gibt es einen Serien-Spin-Off davon und so weiter, möchtest du ja auch irgendwo so diesen Übergang haben. Und der war mir zu kurz und zu kantig einfach. Ja, verstehe ich. Also das hätte ich mir einfach ein bisschen anders gewünscht. Aber verstehe mich nicht falsch, ich mag, wie sie zum Beispiel diese unterschiedlichen Völker einführen. Ja. Das finde ich super gut gemacht. Also sie fühlen sich alle unterschiedlich an. Ja. Sie sind alle sehr, sehr unterschiedlich, auch vom Casting her gut besetzt. Ich finde, das passt soweit, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja. Ich mag auch einen Charakter von, also den Cast von Elrond und Celebrimbo finde ich sehr, sehr gut. Celebrimbo generell finde ich ist ein geiler Charakter in dieser ganzen Lore, der ja auch noch ein bisschen mehr da kann, als nur diese Ringe schmieden. Und das ist total spannend, weil ich habe schon Bock drauf, mehr zu erfahren. Aber ich habe jetzt so ein bisschen die Sorge aktuell nach zwei Folgen, dass sie da so ein bisschen durchrushen irgendwie. Und dass ich am Ende der ersten Staffel das Gefühl haben werde, dass mir so ein paar Durchatemomente ein bisschen fehlen. Oder dass sie vielleicht auch einfach sich ein bisschen mehr Zeit für die Story nehmen sollten. Also um die atmen zu lassen. Ja. Also die Story, die sie erzählen, ist, finde ich bis jetzt interessant. Wie sie sie erzählen, finde ich es auch interessant. Aber ich glaube, es würde gut tun, wenn sie ein bisschen mehr Atemluft lassen. Zum Beispiel gibt es ja auch noch diese innerhalb der ersten zwei Folgen diese Szene mit dem Krater. Ja. Wo dann da ein Unbekannter quasi sich am Krater befindet. Genau. Und man nicht so genau weiß, was geht da jetzt ab irgendwie. Und die Nori da versucht zu dem ein bisschen zu connecten. Ja, der ist für mich noch ein ganz großes Fragezeichen. Okay. Und das ist, es ist für mich eine spannende Szene. Die ist ja so eine Mischung aus bedrohlich und neugierdeweckend. Also sowohl von und für Nori als auch für uns als Zuschauer oder Zuschauerin. und auch diese Szene finde ich irgendwie zu kurz. Ja. So, es ist irgendwie so Begegnung. Ah, große Gefahr. Hey, nee, ich beruhige dich. Chill. Alles ist kurz easy. Nächste Szene. Dann ist man wieder woanders. Ja. So, man hat nicht so dieses Gefühl, also ich habe nicht das Gefühl, dass man da so sich connectet irgendwie. Es ist schwierig irgendwie. Ich bin da noch nicht so ganz schlüssig. Aber wie du auch gesagt hast, so diesen Wettkampf mit den Zwergen fand ich dann wieder irgendwie sehr geil. Ja. Weil das war wirklich einfach Zwerge. So wie, also so. Das war typisch Zwerg. Das war Herr der Ringe, Tolkien, zwergisch so. Ja. Und auch, ich fand das schön, wie sie mal so ein bisschen von der Stadt gezeigt haben. So, das hat man so auch noch nicht viel gesehen. Richtig. Na, das ist vielleicht so ein bisschen das Äquivalent zu dem ersten Rundflug über Bruchtal damals. So ein bisschen damit würde ich es vergleichen. So dieses sehr edle, große, weitläufige, optisch sehr opulente. Nur halt so ein bisschen unter der Erde. Genau. Da auch so ein bisschen mehr von den Zwergen mal zu sehen, war ganz schön. Hat man sonst zuletzt richtig, naja, beim Hobbit, weiß ich nicht so mehr oder weniger. Gut, da waren die Zwerge ja eher außerhalb ihres Hauses unterwegs. Genau, aber mal so eine florierende Zwergenlocation zu sehen, fand ich halt sehr schön. Kenne ich auch aus Herr der Ringe online. Irgendwie, da konnte man ja auch an diverse Locations, die man so von den Filmen her nur aus dem Hören sagen, kannte. Und ja, das war irgendwie schön. Haben sie auch gut umgesetzt. Und ja, ist halt viel Platz, was sie da verschwenden. Es ist halt viel, viel, viel leerer Raum zwischendrin. Auf jeden Fall. Nee, aber prinzipiell einfach zusammengefasst waren für mich die ersten zwei Folgen absolut stimmig. Wie ich schon sagte, ich bin super gehypt. Ich freue mich auf das, was da jetzt noch kommt. Ich hoffe, es bleibt weiterhin so gut und vor allem so bildgewaltig. Das hat mich immer noch super beeindruckt, wie schön die Szenerie ist. Und ich bin einfach mal gespannt, wie es jetzt halt unter anderem mit dem Fremden weitergeht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da schon... Das ist der ältere Jonas. Ja. Der ist anfangs auch der Fremde. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, wer sich daraus entwickelt, ob sich da ein bekannter Charakter herausentwickelt. Ich habe, glaube ich, eine kleine Idee, wer es vielleicht sein könnte. Was ist deine Vermutung? Also es ist ja nur eine Vermutung. Kannst du ja auch mal mal rausschmeißen. Vielleicht Gandalf? Ja, schauen wir mal. Also, ne, also... Mithrandir. Ja, Gesundheit. Gandalf. Ja. Ne, wie gesagt, ich freue mich super darauf, was jetzt noch kommen wird. Weißt du eigentlich, wie viele Folgen es in der ersten Staffel geben soll? Sind es wieder zehn? Habe ich tatsächlich noch gar nicht geguckt. Warte mal, ich google das mal ganz spontan hier. Das würde mich nämlich interessieren, in wie viele Folgen sie die erste Staffel packen wollen. Sodass man vielleicht ein Gefühl dafür kriegt, wie viel man jetzt noch an Story erwarten kann. Wie lange das dauern wird. Acht. Acht. Acht tatsächlich. Da bin ich mal gespannt. Tatsächlich eine recht kurze Staffel, ja. Ja, das bestätigt ein bisschen gerade meine Befürchtung, dass sie da vielleicht ein bisschen zu viel auf acht Folgen reinpacken wollen. Und da könnte das mit einem Durchrushen durchaus dann sein, ja. Na ja, mal schauen. Also wenig Folgen pro Staffel muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Nö, nö. Vielleicht sättigt sich das und legt sich das jetzt ja auch so ein bisschen, damit dann so ein bisschen, aber bei acht Folgen hast du halt auch nicht viel Platz zum Atmen jetzt, ne? Ja, das ist ja, auch wenn eine folgische Stunde geht etwa. Ja, also schauen wir mal. Also ich bin auch positiv gestellt jetzt erst mal. Ja. Und bin neugierig, wie es weitergeht. Ich würde auf jeden Fall sagen, wer Herr der Ringe Fan ist und noch nicht reingeguckt hat, sollte auf jeden Fall dem Ganzen mal eine Chance geben. Wer sich gerne an so Kleinigkeiten aufzieht, wie da ist jetzt ein Elb, der dunklere Haut hat, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, sie setzen schon so ein bisschen auf Diversity. Ich glaube, das ist mehr als offensichtlich. Absolut. Aber ja, also grundsätzlich würde ich sagen, Daumen hoch, guckt euch das Ganze mal an und wie gesagt, wenn ihr ein Prime-Abo habt, dann ist es eh kostenlos. Also habt ihr nichts verloren, außer vielleicht eine Stunde Zeit. Ich wollte gerade sagen, maximal verschwendete Zeit, aber das war es dann auch. Wenn ihr jetzt die erste Folge natürlich schon zum Kotzen findet und gar nichts damit anfangen könnt, dann werdet ihr, glaube ich, beim Rest auch keine Freude haben. Aber, also wir fanden die ersten zwei Folgen gut. Ja. Und wenn ihr unserem Geschmack vertraut, dann gebt dem Ganzen zumindest mal eine kleine Chance. und ich bin mir sicher, dass es über die Ringe der Macht oder auch das ein oder andere Serien-Highlight demnächst noch ein bisschen was im Blog zu lesen geben wird, den ihr findet auf mindcast-blog.de noch ganz frisch. Schaut gerne rein, wenn ihr Bock habt, kommentiert auch irgendwie. Und ich glaube, dafür müsste ich erstmal wieder einen Registrieren-Button einfügen. Gedankennotiz gemacht. Aber es ist eine, es ist eine total coole, coole Sache und schaut einfach mal rein auf den Blog. Ich habe Bock drauf, da ein bisschen mit euch zu connecten irgendwie. Und wir haben da aktuell ja auch schon ein paar Themen drauf zum Bereich Filme und Serien. Zum Beispiel hatte ich ja noch mal ein Review geschrieben zu The Man from Toronto, den wir uns neulich angeschaut haben. Aber es gibt auch ein bisschen was zum Thema Serien, zum Beispiel auch ein relativ ausführliches Dark-Review und noch andere Geschichten. Schaut da gerne einfach mal rein. Und da könnt ihr natürlich auch mal schauen, da gibt es ein bisschen, ein bisschen mehr, sag ich mal, zu Themen, die wir hier vielleicht nur ein bisschen angerissen haben. Wird es hin und wieder da mal ein bisschen ausführlicher beschriebener geben oder auch Gedanken, die einem vielleicht ein paar Tage später erstmal nochmal kommen als Nachtrag oder auch einfach so ein paar andere Sachen, die man hier nicht gut zeigen kann. Zum Beispiel Videos, Trailer, Audio-Ausschnitte und so weiter, die man jetzt im Podcast schlecht vorführen kann. Dann findet ihr da wahrscheinlich ein bisschen mehr. und schaut euch da einfach mal um und vielleicht lesen wir uns da jetzt hier öfter mindcast-blog.de und wer den Mindcast unterstützen möchte in ganz aktiver Manier, der kann das seit Neuestem auch tun auf Steady. Steady.de slash Mindcast schaut gerne mal rein, gibt es verschiedene Pakete, sollte für jeden was dabei sein mit ein paar sehr, sehr netten Goodies als kleines Dankeschön, dann schaut mal rein. Aufwachen. Ich bin noch wach. Dann war das eure Dosis Mindcast für heute. Lieblung und in Frieden. Tschüss. The Mindcast is here to save your day. Games, movies and more for geeks and nerds your favorite podcast ever. The Mindstalker is on his way. The Mindcast is here to save the day. The Mindstalker is on his way. Talking about things in Mindcast way. Musik